Na hallo zusammen, hier ist wieder Otschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Esser unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mountguide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein schickes Pferdenmount und zwar Goldmähne schimpft sich das und das können wir hier im Sturmsangental uns erfarmen. Und zwar gibt es da relativ viele Farmspots von verschiedenen humanoiden Mobs. Und zwar fängt es eigentlich hier oben an, dann haben wir quasi hier einen Spot, hier einen Spot, auch diese Schweinemenschen, die hier sind, können es quasi droppen. Und hier oben noch einen und den letzten und besten Spot haben wir hier in der Hortenbase drin, aber den können wir leider nicht als Allianzer nutzen, sondern nur als Hortler. Und zwar sind da nämlich die Fußsoldaten der Sturmwacht drin, wenn man einen gewissen Questfortschritt hier hat, die quasi dieses Lager eingenommen haben. Und die kann man gut farmen, denn man kann in dem Lager hier einen Hyperspawn auslösen. Es ist wieder so ein Questgebiet, wo bestimmt viele Mobs immer abseilen müssen und als Hortler kann man es definitiv am besten farmen. Die anderen Spots hier haben blöderweise den Nachteil, dass da relativ schnell die Mobs ausgehen und da halt quasi keine Spawn getriggert wird, wenn bestimmt viele Mobs down sind und man dementsprechend der läuft. Ich habe hier oben das getestet, ist nicht sonderlich effizient, selbiges gilt für den Spot hier. Bei den Schweinemenschen war es ehrlich gesagt zu umständlich, weil man ständig irgendwo rumkriechen muss in verschiedenen Gängen, die effektiv zu farmen, vor allem mit Gruppen. Und so das Beste, was man als Allianzler machen kann, ist der Spot hier unten. Und zwar ist es hier so, dass etwa um diesen Teich hier rum relativ viele Mobs laufen. Wenn man sich ein bisschen verteilt und immer alle in die Mitte hier ran zieht, dann kann man hier relativ viele Mobs pullen. Es ist aber mit Abstand der schlechteste Farm von den anderen drei Mounds, die man sich so farmen kann, weil die anderen hatten hier alle Spots, wo man relativ viele Mobs hinziehen konnte. Also, jetzt sind wir hier an dem meines Erachtens besten Allianz-Spot zumindest. Und zwar ist es hier so, dass man einmal die ganzen Mobs hier, die hier, das sind zwar alles hier so Hosen-Typen, die droppen es aber auch. Diese ganzen Viecher, ihr seht, es sind schon einige da und die zieht man halt irgendwo, ja, so in die Richtung. Dann kann man nämlich hier oben die noch mitnehmen und die ganzen Mobs auch. Die spawnen relativ schnell nach, ihr seht, hier sind auch relativ viele, die stehen zwar ein bisschen verteilt, aber mit einer Monk-Statue, die man hier irgendwo in der Mitte plays, plus dann ein paar Mobs, die hier rumlaufen und sie zusammenziehen, kriegt man auch einige zusammen. Und dann kann man sie ein bisschen wegkleven. Ich habe das vorher mit einer Gruppe mal gemacht, die hat sich aber relativ schnell aufgelöst. Also, das ist jetzt auf Allianz-Seite auch eins der unbeliebtesten Farms, weil man halt einfach insgesamt am wenigsten Mob-Jobs zusammen oder Mob-Kills zusammenkriegt, dementsprechend auch wenig BOEs zusammenbekommt. Die anderen Farms sind wesentlich beliebter und wie gesagt, es gibt bei Horde einen Spot da oben, der relativ gut farmbar ist und meistens farmen es die Leute mit Hordler und stellen es dann ins Auktionshaus, die quasi dann dementsprechend, ja, mittlerweile übergreifend sind. Also, sprich, wenn ein Hordler ein Item reinsteht, kann man es ja auch als Allianzler kaufen. Ich habe mein Mount dementsprechend auch übers Auktionshaus gekauft. Ich habe etwa 250.000 für hingelatzt. Ja, ist, denke ich mal, dafür, dass ich mir wahrscheinlich mehrere Stunden Farmaufwand gespart habe, doch eine ganz gute Geschichte gewesen. Mich würde es interessieren, welchen Farmspot ihr hier benutzt habt. Ob ihr vielleicht nochmal einen ganz anderen habt, den ich jetzt noch nicht auf dem Schirm hatte, würde mich freuen, wenn ihr das vielleicht mit in die Kommentare packt, beziehungsweise mir schreibt, wenn ihr das gefarmt habt, wie lange ihr hier gefarmt habt, so eine Stundenangabe wäre ganz toll. Oder ob ihr immer noch am Farmen seid, wie lange ihr bis jetzt gefarmt habt, beziehungsweise wenn ihr den einfacheren Weg über das Gold gewählt habt, wie ich das getan habe, dann könnt ihr mir auch gerne schreiben, was ihr dafür ausgegeben habt. Ich laufe jetzt gerade nur nochmal hoch und zeige euch das, wenn wir nämlich als Allianz-Layer herlaufen, haben wir die Problematik, dass wir ein anderes Phasing als die Hordler haben und hier haben wir quasi dann, ja, 10.000 Peons-Schredder und hier in dem Lager leider auch die Horden-NPCs und ja, auch Elite und die bringen uns nichts. Also ihr könnt das als Hordler aber auch nicht immer fahren, ihr müsst da das richtige Phasing haben. Das müsste das Phasing sein, bevor ihr quasi das Lager befreit. In dem Phasing müsst ihr die Fußsoldaten umhauen und das ist quasi die Möglichkeit, um diesen Hyperspawn auszulösen. Ja, das war es mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein wenig weiterhelfen. Soll das der Fall sein, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich natürlich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao!